Das Licht fiel auf einen Holztisch. Und auf diesem Tisch lag eine dunkle Gestalt. Eine große dunkle Gestalt. Eine menschliche, um genau zu sein. Obwohl der unbedeckte Teil seines Körpers – wie gern hätte ich einen Blick unter das Tuch geworfen, das seine Leistengegend verhüllte. Mit unzähligen Schnitten übersät war, sah er atemberaubend gut aus. Mir fielen fast die Augen aus dem Kopf. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Du bist ein ziemlich unhöflicher Geist. Ich bin kein Geist. Und ob! Ich erkenne einen Geist, wenn ich ihn sehe. Und du kannst mir glauben, du bist tot. Ex und erledigt. Eine Leiche. Ich würde mir doch nicht von einem gut aussehenden Mann mit verführerischen Augen und sinnlichen Lippen ins Handwerk pfuschen lassen. Ich bin Beschwörerin. Abwech. Vielen Dank.